Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones. Aktuell läuft der Season 1 und wie versprochen kommt heute das Build-Video. Bevor es damit losgeht, eine ganz kleine Info. Es kam heute ein Hotfix, der die Spawns von der Presidenzflotte abgeändert hat. Allgemein wurden die Spawns reduziert. Es waren vor ungefähr 200 Sekunden, jetzt sind es 360 Sekunden. Außerdem wurden die Level reduziert und sollte also jetzt alles sehr viel einfacher sein mit der Münzrunde. Es könnte sein, dass sie also ab heute in der Münzrunde auch wieder etwas mehr Spaß haben, weil die Spawns dann nicht mehr so krass schlimm sind. Außerdem, ihr kennt das, wenn ihr zu zweit rumfahrt oder zu dritt rumfahrt und ein Gegner kommt, dann ist er ja eigentlich Aggro auf einen. Und diese Aggro, die ändert sich auch nicht. Also es kann niemand mehr mit 1000 Gegnern im Schlepptop kommen. Ihr fahrt an dem vorbei und auf einmal sind die Gegner auf euch sauer. Also das ist jetzt in Zukunft nicht mehr so. Ihr dürft die Gegner aber nicht angreifen. Wenn er sie angreift, dann sind die trotzdem noch sauer auf euch. Aber ansonsten eigentlich ein sehr guter Hotfix. Und was man auch mal sagen muss, nachdem die Season jetzt 2-3 Tage draußen ist, hat Ubisoft gehört auf die Community und es hat nur 2-3 Tage gedauert, bis da ein Patch nachkam. Also wirklich eine relativ schnelle Reaktionszeit, die ich mir für die Zukunft auf jeden Fall noch weiter wünsche. Der Chat wurde leider immer noch nicht aktiviert. Ich hoffe, dass das dann irgendwann in nächster Zeit soweit sein wird. Und jetzt viel Spaß mit dem Bildvideo. Ich habe mir gedacht, dass wir anstatt jetzt einfach stumpf meine Builds für jedes Schiff durchzugehen, ich euch ein wenig erkläre, worauf es beim Bildbauen ankommt. Ein paar Dinge erkläre, sodass ihr auch in Zukunft, wenn ihr dieses Video gesehen habt, bei zukünftigen neuen Waffen und neuen Schiffen selber erkennt, okay, das muss ich so spielen, das muss ich so spielen. Also ich versuche euch eher eine Angel zu geben und euch das Angeln zu lehren, als euch einfach jetzt einen Fisch hinzuwerfen. Ich hoffe, dass das auch in eurem Interesse ist, dass ihr ein paar Dinge versteht, was Scull and Bones ein wenig mehr Tiefe hat, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und es gibt eine Sache bei Scull and Bones, diese ist erstmal ganz wichtig und das sind die Luken. Ihr müsst die Luken verstehen, weil wenn ihr hier zum Beispiel bei der Paravagang guckt, da seht ihr drei Luken oben und hier unten nochmal ein paar Luken. Und das ist ganz wichtig, weil jedes Schiff hat verschiedene Ober- und Unterdecklupen. Zum Beispiel hat die Paravagang jetzt an der Seite 6, aber das können wir auch einfach nachgucken. Wenn ihr nämlich die Paravagang einmal nehmt und dann auf Schiff verwalten drückt und dann auf Waffen, dann könnt ihr an der Seite eine kleine Waffe nehmen, ich werde euch gleich erklären, was kleine Waffen sind, und dann Dreieck drücken. Und dann seht ihr hier die Kanonen-Lupen und da seht ihr schon an der Seite sind das 6. Und wenn ihr jetzt eine große Waffe nehmt, die ihr nicht unten ins Boot reinpacken könnt, sondern die nur oben sein kann, wie logischerweise zum Beispiel ein Bombarde, weil der schießt ja nicht durch die Decke, da seht ihr, dass dort Kanonen-Lupen 3 sind. Und so müsst ihr rund ums Schiff gucken, ob es überhaupt Sinn macht, kleine Kanonen zu nehmen oder ob es Sinn macht, große Kanonen zu nehmen. Und das werde ich bei jedem Schiff gleich auch erklären, wieso ich bei dem Schiff Waffen genommen habe, anstatt andere Waffen. Außerdem ist zu verstehen, was durchschlagend, in Brand, Segelschaden, Überflutung, was diese ganzen Dinge bedeuten und wie die ganzen Dinge proggen. Also es gibt ganz viele verschiedene Vorteile, die will ich jetzt nicht alle durchgehen, aber ihr könnt euch einen Grundsatz merken, der dafür gilt. In Brand macht Damage Overtime. Überflutung macht Schwerenschaden und Damage Overtime. Zerrissene Segel, ich glaube das ist ganz eindeutig, macht das der Gegner nicht mehr fahren kann. Durchschlagend macht mehr Schaden auf Kritz. Und dann gibt es noch Plünderer, wenn es hier nicht wegbacken würde, der die Leiste füllt, damit ihr Besatzungsangriffe machen könnt. Wird auch gleich nochmal interessant bei einem meiner Builds. Ich denke alles andere wie Explosiv und Schaden gegen Gebäude sollte eigentlich recht einleuchtend sein. Außerdem ist wichtig zu wissen, was Elementarer Schaden ist. Weil es ja bei den Ausstattungen Elementar Schaden Multiplikator gibt. Dieser wirkt sich nur auf den Schaden unten aus. Bedeutet, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal eine Mons Mac nehmen, dann seht ihr dort unten durchschlagend und Explosiv 187, 187. Und nur darauf werden 19% drauf gerechnet. Deswegen könnt ihr euch per se schon mal merken, alle 19% Schadens Multiplikatoren, Items sind für die Tonne und nicht Worth. Weil es andere Dinge gibt, die viel viel mehr geben als diese 19% auf 187. Und als letzter Tipp, auch für zukünftige Schiffe, ist wichtig, dass ihr euer Schiff immer so baut, um das Maximale rauszubekommen, wie der Vorteil vom Schiff ist. Bedeutet jetzt bei der Sambuke, die geht auf Brandschaden. Also sollte eure Ausstattung auch auf Brand ausgelegt sein. Oder zum Beispiel bei der Padua Kang, da geht es um Explosion und Brand. Das heißt, dann sollte die Padua Kang auch darauf ausgelegt sein. Es würde jetzt weniger Sinn machen, die Padua Kang auf Überflutung zu spielen, weil dann dieser ganze Effekt hier nicht genutzt wird. Das sollte man im Kopf behalten. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in die Builds. Ich habe gebaut Padua Kang, Brigantine, Sambuke und die Bark. Die Snow habe ich extra rausgelassen, weil die Snow keinen Effekt hat, auf den man aufbauen kann. Außer eventuell, davon würde ich aber abraten, mit der neuen Panzerung, die 3000 Schaden macht, wenn ihr perfekt deckt. Aber dazu habe ich kein Build gemacht, weil da könnt ihr einfach das spielen, was euch am meisten Spaß macht. Es gibt hier kein richtig und kein falsch Spiel. Da einfach das, was euch am meisten Spaß macht. Ob es Bombarden sind, ob es Torpedos sind, ob es Vollkanonen sind. Achtet auf die Luken. Werde ich euch gleich nochmal ein bisschen mehr zu erklären. Und habt dann ganz viel Spaß mit der Snow. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der Padua Kang und gehen dort in die Waffen. Vorher bei der Padua Kang, habe ich ja eben schon mal angedeutet, es macht Sinn, Padua Kang komplett mit Bombarden zu spielen. Deswegen spiele ich hier vorne die Dardanellen Artillerie. Es macht bei der Padua Kang auch keinen Unterschied, ob es wie viele Luken es hat, weil wir müssen bei der Padua Kang auf jeden Fall Bombarde spielen. Das heißt, wenn ihr ein Fan von den Bombarden seid, dann solltet ihr auf jeden Fall hier die Pade spielen. Da haben wir vorne die Dardanellen Artillerie. Ihr könntet aber auch Brandbombarde nehmen. Und links, rechts und hinten habe ich die Brandbombarde 3 drauf. Da gibt es auch eigentlich keine Alternative. Entweder Dardanellen Artillerie, die ja alle Schüsse auf einmal raushaut, oder Brandbombarde. Wenn ihr gegen Gebäude kämpft, dann macht Monsmeck mehr Schaden, weil Monsmeck einen Zusatzeffekt hat von 50% mehr Schaden gegen Gebäude. Und in der Mitte auf dem Hilfsplatz habe ich natürlich den Leopold. Padua Kang ist, glaube ich, von allen Schiffen an unkompliziertesten, weil ihr entweder Dardanellen Artillerie spielt oder Brandbombarde. Meine Empfehlung ist tatsächlich sogar nur Brandbombarde zu spielen, weil ihr die einzeln abschießen könnt, was mir persönlich besser liegt. Aber ob es jetzt die Dardanellen Artillerie ist oder Brandbombarde, ist nicht so wichtig. Brandbombarde macht halt den Brandschaden, der ja von der Padua Kang auch nochmal geboostet wird. Also, ja, macht das. Also, beiltet einfach mal im Kopf. Brandbombarde ist gut auf der Padua Kang und Monsmeck, wenn ihr auf Gebäude geht, beziehungsweise wenn ihr Plünderungen macht. Bei der Panzerung gibt es aktuell eigentlich keine Diskussion, bis die Ouroboros rauskommt, weil Schwarzer Prinz, den ihr kaufen könnt auf dem Schwarzmarkt für 400 oder 450 Souverain, die beste Rüstung im ganzen Spiel ist, weil, ich glaube, die wurde auch gebufft, wenn der Rumpfzustand unter 50% liegt, kriegt ihr 33% weniger Schaden rein, ein Drittel. Das ist aktuell die beste Verteidigung, die es gibt. Der königliche Verwalter ist auch nicht schlecht, weil den königlichen Verwalter könnt ihr ein bisschen abusen, wenn ihr die kleinen Medikits habt. Die kleinen Medikits, die heilen zwar nur in Anführungsstrichen 8000, aber haben auch nur eine Abklingzeit von 20 Sekunden. Bedeutet, ihr könntet diesen Effekt hier fast durchgehend aktiv haben und hättet so eine Panzerung von 35%, eine erhöhte Panzerung von 35%, kommt also sehr nah ran an den Schwarzen Prinzen. Und was geil ist gegenüber den Schwarzen Prinzen, der Schwarze Prinz-Effekt funktioniert ja nur, wenn ihr unter 50% Leben habt. Das heißt, alles über 50% Leben kriegt ihr den vollen Schaden raus. Beim königlichen Verwalter ist es so, dass ihr auch über 50% zu jeder Zeit diesen 35% Bonus haben könnt. Aber die beiden tun sich nicht viel. Eins davon solltet ihr auf jeden Fall spielen. Klagender Zwinger und auch der zornige Zwinger sind meiner Meinung nach kompletter Müll. Und alles andere könnt ihr spielen im Early Game, aber das sind auf jeden Fall die beiden Besten im Late Game. Dann kommen wir zur Ausstattung. Das ist auch relativ schnell erklärt. Bei dem Ausstattungsplatz 1 ist das allerbeste, was ihr nehmen könnt. Und grundsätzlich, natürlich gibt es mal Abwandlungen, das werdet ihr auch gleich sehen, stellt nach Besatzungsangriff 8000 Rumpfzustand wieder her. Weil ihr keine Möglichkeiten habt, euren Rumpfzustand zu erhöhen, außer durch ein Medikit. Und ihr kennt das alle, Medikit ist in der Abklingzeit und ihr habt keine Möglichkeit, euch zu heilen. Das ist eine zweite Möglichkeit, euch zu heilen, wenn ihr einen Besatzungsangriff macht und 8000 Rumpfzustand wieder heilen könnt. Deswegen ist das für mich persönlich die beste Ausstattung, die ihr spielen könnt. Auf dem zweiten Platz Schleifstein, um die Projektilgeschwindigkeit von Bombarde zu erhöhen. Auf dem dritten Platz der Bombarden Radios. Und auf dem vierten Platz, das werdet ihr noch häufiger sehen, weil ich das hier aktuell zur Season 1 aufnehme. Bedeutet, wenn du das Video guckst und Season 1 schon vorbei ist, dann kannst du hier was anderes spielen. Aber in Season 1 hatten wir die Pestilenzflotte. Deswegen werdet ihr auf allen meinen Schiffen diesen Ausstattungssteckplatz sehen. La Potence. Gehen wir zum nächsten Schiff. Meiner Meinung nach das stärkste Schiff im gesamten Spiel, die Sambuke. Die Sambuke macht einen extremen Schaden auf Feuer. Und zwar, wenn ihr den Gegner in Brand gesteckt habt, gibt es einen 5000 Flat Damage Schaden, der sich im AOE ausbreitet und einen anderen treffen kann. Und wenn der dann auch in Brand gerät, macht der auch wieder diese Detonation und 5000 Schaden auf den nächsten. Und so kann es sein, dass wenn ihr 3, 4, 5 Gegner nebeneinander habt, da eine richtige Welle von Detonation auftaucht, ist gerade für Plünderungen und auch für so Massenfights richtig, richtig stark. Ich benutze sie auch ganz gerne gegen La Peste oder gegen Bosse, weil ihr mit der extrem viel Schaden raushauen könnt. Wenn wir uns mal die Waffen angucken, für mich vorne unangefochten der blaue Geist extremst viel Schaden, was der raushaut. Der macht 717 Schaden und kritisch macht der dann nochmal 165 Schaden mehr. Also extrem, extrem viel. 30% des Schadens wird zu Brandschaden. Hoch erhitzt, richtig mehr Schaden an, wenn alle Angriffe auf dasselbe Ziel gerichtet sind. Also der ist wirklich richtig stark. Kann man aktuell leider nur random, als random Drop vom Geisterschiff bekommen. Aber wenn ihr den dann habt, dann ist der extrem stark. Hier ist ganz wichtig, die Sambuke hat vorne 6 Kanonenluken. Das bedeutet, es könnte auch Sinn machen, vorne die Zamzama zu spielen, wenn ihr den blauen Geist nicht habt. Die Zamzama macht auch Brandschaden. Ihr könntet also auch vorne die Zamzama spielen, falls ihr den blauen Geist nicht habt. Ist also eine kleine Alternative. Und 6 Luken vorne ist das einzige Schiff, was vorne 6 Luken hat. Also extrem krass. Bei der Padua Kang bin ich gar nicht auf die Kanonenluken eingegangen, weil ihr sowieso Bombarde spielen müsst. Da ist es egal, wie viele Luken es gibt. Bei der Sambuke sieht das anders aus. Und zwar gibt es bei der Sambuke an der Seite 7 Kanonenluken. Und davon sind, wo sehen wir es, 3 Stück unter Deck. Man könnte also auch überlegen, auf dem Oberdeck 4 Waffen zu spielen. Also anstatt der Zamzama, wie ich, eine Brandvollkanone, wenn ihr damit besser klarkommt. Wenn ihr ein bisschen auf Entfernung spielen wollt. Ich spiele aber lieber die Zamzama, weil die diesen Plündereffekt hat. Und mit der Ausstattung, die ich euch gleich wieder zeige, könnt ihr damit richtig schön viel Leben generieren, weil die Sambuke schon eine krasse Glaskanone ist. Spiele ich hier Zamzama links und rechts. Hinten spiele ich eine Brandvollkanone, weil auch die Sambuke hinten nur 4 Luken hat. Man könnte auch eine Zamzama wieder hinten spielen. Ist mir aber zu wenig Reichweite. Oder eine andere Kalverine mit 4 Luken. Aber bin ich kein Fan von. Deswegen spiele ich hinten die Brandvollkanone. Wenn ihr gut mit der Bombarde klarkommt, könntet ihr hinten auch eine Brandbombarde spielen. Aber wie gesagt, ich komme mit einer Vollkanone besser klar. Deswegen habe ich hier nochmal die Brandvollkanone 3 drin, die nochmal ein wenig Brandschaden macht. Aber meistens ist dieser Bucke eigentlich immer voll Frontel und komplett drauf. Und ich hau eigentlich selten mit der Sambuke ab. Ist jetzt kein Schiff, wo ihr abhaut und dann von hinten auf den Gegner schießt, sondern eher Full Frontel drauf. Und in der Mitte, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch ungewöhnlich, habe ich die Raketen, weil ihr immer in den Nahkampf seid. Blauer Geist hat wenig Reichweite. Zamzama hat wenig Reichweite. Deswegen spiele ich hier keine Mörser, sondern Rakete. Und die macht dann auch nochmal Brandschaden. Panzerung habe ich euch erklärt. Königlicher Verwalter oder der Schwarze Prinz. Bei der Ausstattung habe ich wieder den Rumpfzustand, das heißt Verwertungsstation. Dann Ausstellungsplatz 2 habe ich Ladegeschwindigkeit für in Brand. Müsstet ihr nicht unbedingt spielen, aber ist für Bosse ganz cool. Dann hier wieder La Potence. Schießpulverbank, damit ihr mehr Schaden macht, wenn der Gegner in Brand ist. Das ist für den Blauen Geist nochmal ein extremer Buff, weil das so schnell hittet und so viel Schaden macht. Und Bugwerfenschaden nochmal 10% für nochmal mehr Schaden auf den Blauen Geist. Wirklich, der Blaue Geist macht unfassbar viel Schaden. Ist glaube ich mit den Buffs und wenn ihr Brand drauf habt und so die stärkste Waffe im Game, würde ich mich glaube ich auch festlegen. Auf der Brigantine habe ich ein relativ spannenden Bild gebaut, glaube ich. Ich denke auch, dass das ein Bild ist, der der ein oder andere nicht spielen würde auf der Brigantine. Ich finde die Brigantine ist das einzige offensive Schiff, was sehr wandlungsfähig ist, weil der Effekt von der Brigantine auch nicht so signifikant ist. Man hat hier Megafon und der macht, dass euer Rammenschaden erhöht wird und dass Gegner beim Rammen überflutet werden. Zusätzlich wird die Zeit, wo ihr zerrissene Segel habt um 80% reduziert. Das ist jetzt eher PvP relevant. Aber konzentrieren wir uns mal auf den Rammschaden. Also man könnte oder man spielt die Brigantine oft auf Rammschaden. Das spiele ich ja auch. Aber überflutet wird nicht so oft gespielt. Deswegen habe ich die Brigantine komplett auf Überflutung gebaut. Und zwar haben wir vorne nämlich die neue Kanone, die Karonade. Die Karonade macht Sturzflut und fügt, sobald der Gegner überflutet ist, den Schaden, den sie macht, 50% davon als schweren Schaden hinzu. Das ist im PvE-Bereich jetzt nicht ganz so spannend, weil wenn ein gegnerisches Schiff down ist, ist es down. Da ist es egal, ob es jetzt schweren Schaden hat oder nicht. Aber für PvP und ich weiß, dass die Brigantine sehr oft in den Ruderwetten und überhaupt auch im PvP benutzt wird, weil die halt das schnellste Boot ist. Sehr, sehr krass und der macht halt nochmal überflutenden Damage. Also deswegen habe ich vorne die Karonade drin. Vier Kanonluken. Finde ich sehr, sehr cool. Falls die Karonade durch Season 1 nicht habt, aus irgendwelchen Gründen, könntet ihr vorne auch eine leckschlagende Halbkanone nehmen oder auch gar keine überflutende Waffe und dann vielleicht sowas wie eine Datanellenartillerie oder irgendwas anderes. Aber die Karonade vorne ist sehr cool. An der Seite links und rechts habe ich jeweils eine leckschlagende Halbkanone, weil die halt wieder überflutenden Damage macht. Und hinten ganz, ganz wild der Alramas Vermächtnis Torpedo. Ich bin, ich glaube, das wissen die meisten, kein Torpedo-Fan, aber der macht halt überfluten drei 30% und nach hinten, nach hinten schießt man ja eigentlich meistens, wenn ein einen verfolgt, kann man relativ gut abschätzen, wo der Gegner langfährt, weil wenn man verfolgt wird, dann ist es eigentlich so, dass der Gegner nicht nach links oder rechts fährt. Das heißt, man kann damit den Torpedos eigentlich relativ gut treffen und die hauen halt richtig viel Schaden raus, können schnell hintereinander geschossen werden. Und ganz wichtig bei der Brigantine, die Brigantine hat hinten nur zwei Luken, das heißt, eine Karunade macht hinten leider auch keinen Sinn, weil ihr im Gegensatz zu vorne nur den halben Damage raushaut, deswegen würde ich hinten auf jeden Fall, wenn es nicht die Torpedo ist, wobei die Torpedo in dem Bild hier am meisten Sinn macht, aber wenn ihr einen anderen Bild spielt, würde ich hinten auf jeden Fall eine Vollkanone, eine Bombarde oder ähnliches spielen und auf jeden Fall keine Calverine und auch auf gar keinen Fall eine Halbkanone, weil ihr hinten bei der Brigantine nur zwei Luken habt und in der Mitte spiele ich den Leopold, weil der Leopold auch überflutenden Damage macht und überflutender Damage macht ja den schweren Schaden und auch Schaden über Zeit, deswegen glaube ich, der Bild hier, der könnte richtig, richtig gut reinknallen. Als Panzerung brauche ich nichts zu sagen, ist weder der Verwalter oder der Schwarze Prinz und als Ausstattung habe ich wieder als Steckplatz 1 den 8000 Rumzustand wiederherzustellen. Auf Steckplatz 2 habe ich den Ausdauerverbrauch Reduzierung beim Trimmen, weil die Brigantine verbraucht mehr Ausdauer beim Trimmen, um dem ein wenig entgegenzuwirken. Dann erhöhte Beschleunigung und Verlangsamung. Brigantine ist ein schnelles Schiff, das sollte man auf jeden Fall mit reinnehmen. Rammschaden wird um 25% erhöht, sollte man bei der Brigantine auf jeden Fall auch mit draufnehmen. Mit einer Ramme macht der über 10k Schaden, weil man also überlegt man, man haut den Leopold drauf, zack 15.000, dann rammt man den Gegner, zack über 10.000, 100.000 wäre krass, über 10.000, dann sind die meisten Gegner schon down, ist also ein richtig geiles Schiff, um zu bürsten und sind natürlich wieder Potenz. Als nächstes würde ich sagen, machen wir die Bark. Bark ist für mich aktuell das stärkste Schiff im Spiel, ich hatte das heute im Stream schon mal erklärt, das hat einen ganz bestimmten Grund und zwar hat die Bark, wenn man sich hier unten mal die Grunddaten anschaut, sehr sehr gute Grunddaten, Rumpfzustand, Deckungsstärke, Schnelligkeit, Trimmgeschwindigkeit, Fracht und auch die Ausstattung mit im Angriff und die Luken und die Ausstattungsplätze sind alle nicht das Beste, aber immer in der Top 2, also alle dieser Sachen hier sind alle mindestens in der Top 2, deswegen ist es in keiner Kategorie das beste Schiff, aber insgesamt mindestens auf Platz 2 oder vielleicht insgesamt sogar auf Platz 1, wenn man sich quasi eine Tabelle vorstellt und dann alle Sachen auflistet, ist die Bark einfach überall ganz oben mit dabei und hat nirgendwo auch nur eine Eigenschaft, wo es ganz weit unten ist, deswegen ist die Bark für mich auch wegen dem besonderen Effekt das beste Schiff im ganzen Spiel, stellt pro Sekunde 0,5% Rumpfschaden und schweren Schaden her und dasselbe gilt auch für verbündete Gegner, stackt leider nicht, aber das ist einfach ein richtig, richtig gutes Schiff. Gucken wir uns die Ausstattung an, äh Quatsch, gucken wir uns die Waffen an, da habe ich vorne den Basilisken mit 4 Kanonluken, ich spiele die Bark komplett auf Plünderer, bedeutet, dass ich ganz oft Besatzungsangriffe mache, weil die Bark keine anderen offensiven Aspekte hat, habe ich gedacht, wäre das eigentlich eine coole Idee, mal hier komplett auf Plünderer zu gehen, deswegen habe ich vorne Basilisk, links und rechts die Zamzama, die macht auch wieder 50% erhöhten Lade, erhöhten Ladegeschwindigkeit auf Anfällig und hinten wieder Basilisk, bedeutet vorne hinten Basilisk für mehr Reichweite, links, rechts die Zamzama und in der Mitte die Lafleu, aber da könnte man auch den Leopold nehmen und dann wird es interessant in der Ausstattung, weil in der Ausstattung habe ich anders als bei den ganzen anderen Schiffen nicht, dass ich 8000 Leben wiederherstelle, braucht man bei der Bark nicht, weil die sich ja selber regeneriert, sondern dass ihr 30 Sekunden lang nach Besatzungsangriff mehr Schaden macht, 15% und das Schaden und das Schaden, achte ihr, dass wir da Potenz, die ist sowieso immer dabei und dass euer Besatzungsangriff mehr Schaden macht und dann bin ich auf Beschleunigung gegangen um 13% und Beschleunigung und Verlangsamung um 8%, weil die Bark mein Schiff ist für die Münzsammelrunde, deswegen habe ich zwei Slots auf Mobility gelegt und zwei Slots auf Angriff und ich muss sagen ist einfach ein richtig, richtig gutes Schiff, ein Allrounder-Schiff um die Münzrunde zu machen, ihr seid mit 15 Knoten das zweitschnellste Schiff im Rückenwind und mit 13 Knoten das schnellste Schiff im Gegenwind, wenn ihr dazu dann noch im Wasser trinkt, also ist für mich aktuell das beste Schiff im ganzen Spiel. Ich würde euch echt gerne eigentlich noch ein bisschen Gameplay zeigen von den Schiffen, aber ich glaube das würde das Video ein wenig sprengen, vielleicht ist das nochmal was für ein anderes Video, aber jetzt habt ihr ganz viel Theorie-Crafting gehört und gesehen wie ich meine Schiffe baue und wieso ich sie so gebaut habe. Ich hoffe, dass ihr damit dann fit seid in der Zukunft für eure eigenen Schiffe, die da eventuell noch rauskommen und würde mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video und vielleicht ein paar Ideen von euch, wie ihr vielleicht das ein oder andere Schiff gebaut habt und wieso, würde mich natürlich sehr interessieren und sage bis zum nächsten Mal Leute, vielen Dank und haut rein. Ciao, ciao.